Musik Hallo, guten Tag! Nein, bitte, Lino! Ruhe! Wir haben jetzt Deutsch. Ich spreche heute über die Grammatik. Wir haben den Akkusativ im direkten Objekt und den Dativ im indirekten Objekt. Was ist denn? Können wir ein Buch lesen? Was? Was wollt ihr denn lesen? Halt meine Glück. Das Buch ist super interessant. Ja, warum? Das Buch hat mich gerade gemacht. Ich liebe die Kopfschmerzen. Ich liebe die Kopfschmerzen. Ich liebe die Kopfschmerzen. Oh mein Gott. Musik Ich liebe die Kopfschmerzen. Ein Neandere Perspektive, un du sie alles noch. Ich hatte das Ende, nie ich warte. Hat Benni Glück?